Herzlich Willkommen auf einem weiteren Video von mir Leute, aktuell trainen wir mit dem Bitcoin bei ca. 50.900 USD und die Frage, ob wir beim Bitcoin den Boden erreicht haben, werden wir uns gemeinsam in diesem Video anschauen, denn wir haben jetzt sehr sehr wichtige Punkte vor uns, die wir beim Bitcoin jetzt auf jeden Fall erreichen müssen. Wir schauen uns in diesem Video auch Bitcoin auf den verschiedenen Timeframes an, wir schauen uns Ethereum an, Terraluna und Shiba Inu, dort wird es ebenfalls gerade extrem interessant, also bleibt am besten bis zum Ende dran. Wir starten direkt mit dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart und hier haben wir gerade eine sehr sehr spannende Entwicklung, wir haben hier einen Ascending Channel, das heißt wir haben hier einen Aufwärtstrendkanal, den wir momentan noch auf dem 4-stündigen Chart sehr gut halten. Wir haben hier einmal unsere obere Widerstandslinie, wo wir hier jetzt immer wieder rejected wurden, haben dann heute nochmal eine Rejection gesehen, konnten allerdings den Support hier super halten an dieser Stelle und traden hier momentan bei ca. 50.700 USD. Wichtig jetzt für den Bitcoin wird es, dass wir es dann schaffen müssen, diese Zone hier zwischen 52.000 und 53.000 USD hinter uns zu lassen, denn wir wurden hier nochmal exakt hier an dieser Zone rejected. Wir müssen es wie gesagt hier schaffen, über diese Zone zu kommen. Wichtig wird es allerdings, wenn wir jetzt hier einmal unser FIP Retracement Tool rausholen, wir ziehen einmal unsere FIP Linien von unserem High bis zu unserem Low und dann können wir hier auch erkennen, dass wir jetzt momentan an einer sehr sehr wichtigen Position mit dem Bitcoin sind. Denn wir müssen es unbedingt schaffen mit dem Bitcoin, hier das 6.18er FIP Level hinter uns zu lassen. Das 6.18er FIP Level liegt hier in etwa bei ca. 58.785 USD, also dieses 6.18er und dieses 0.5er FIP Level werden hier extrem interessant für den Bitcoin. Denn wir müssen es wie gesagt schaffen, diese Zone hier hinter uns zu lassen. Sollten wir hier eine Rejection sehen, könnte es gegebenenfalls dazu kommen, dass wir hier einen Dead Cat Bounce sehen und dann mit dem Preis weiterhin korrigieren. Ich hatte euch ja gestern im Video schon gesagt, sollten wir eine Rejection hier beim 6.18er oder 0.5er in dieser Zone hier sehen. Das heißt, wenn wir mit dem Preis ansteigen und hier beim 6.18er hier rejected werden, wo auch diese grüne Zone liegt, denn diese grüne Zone spielt auch hier beim Bitcoin eine extrem wichtige Rolle. Wir sehen hier mehrmals, hier Rejection, ebenfalls hier Rejection, hier Widerstand, hier hatten wir Kurz-Support. Diese Zone ist extrem wichtig, auch in der Vergangenheit sehen wir hier Support, 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 ebenfalls hier nochmal Support, hier nochmal Support, hier nochmal Widerstand. Also wie wir hier sehen, diese Zone ist eine extrem wichtige Zone beim Bitcoin. Diese liegt in etwa hier zwischen 58.700 und ca. 60.000 US-Dollar. Also wir müssen es unbedingt schaffen, über die 60.000 US-Dollar mit dem Bitcoin zu kommen, denn dann haben wir die Gefahr aus dem Markt raus, dass wir hier gegebenenfalls ein Dead Cat Bounce Szenario sehen können. Das heißt, Dead Cat Bounce wäre, wenn wir hier beim 6.18er oder beim 0.5er oder hier ebenfalls beim 0.5er hier einmal rejected werden und daraufhin dann würden wir mit dem Preis weiter fallen. Und sollte dies der Fall sein, denke ich, dass wir gegebenenfalls noch eine Korrektur bis auf ca. 42.000 US-Dollar sehen könnten, bevor wir hier mit dem Pump weiterhin mit dem Bitcoin steigen. Deswegen wechseln wir einmal auf den Daily Chart, können wir hier ebenfalls eine sehr interessante Sache sehen, denn unser Falling Wedge ist hier weiterhin valide. Wir sind hier ca. jetzt momentan hier über dieser wichtigen Support Zone über der 50.000 US-Dollar Grenze. Wir haben es geschafft, hier diesen Support von unserem Falling Wedge zu halten und hier darüber zu steigen. Wir sind auch aktuell über dieser blauen Linie. Diese blaue Linie ist die 200er EMA-Linie auf dem Daily Chart und diese spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Dann gehen wir hier einmal zurück in die Vergangenheit, können wir hier sehen, dass wir diese blaue Linie zuvor immer wieder als Support nutzen konnten. Und als wir hier unter dieser Linie gefallen sind, sehen wir hier sehr schön, wie diese Linie hier zuvor als Widerstand gedient hat. Das heißt, wichtig wird es jetzt für den Bitcoin, dass wir es unbedingt schaffen müssen, über dieser blauen Linie, die in etwa hier bei ca. 50.000 US-Dollar liegt, hier an dieser Stelle zu bleiben. Sollten wir hier einen Breakout über dieses Falling Wedge sehen, wäre das auch ein interessantes Szenario. Hier bei einem Breakout würde ich allerdings hier diese Zone von 58.000 US-Dollar als erste Zone, als erstes Preisziel nehmen. Sollten wir hier einen Breakout sehen, denn dort haben wir, wie schon hier vorne besprochen, unser 618er FIP-Level, welches hier ein gefährlicher Widerstand sein könnte. Sollten wir allerdings sonst hier einen Breakout sehen und das 618er hinter uns lassen, wäre unser Preisziel hier in etwa bei ca. 68.800 US-Dollar bei unserem Falling Wedge hier auf dem Daily Chart. Wichtig wird es, sobald wir hier einen Breakout sehen, denke ich, dass wir hier auch ein bullishes Crossover von unserem MACD sehen und auch mit dem RSI hier es schaffen, über diese 50er Linie zu steigen. Dann denke ich, dass wir hier auch auf dem Daily Chart wieder bullish sind. Wechseln wir einmal auf dem Weekly Chart, haben wir hier auch eine spannende Entwicklung beim Bitcoin, denn wir haben hier unsere vorherige Widerstandslinie, die wir momentan retestet haben und es sieht nach einem erfolgreichen Retest aus. Das heißt, auf dem Weekly Chart sind wir hier weiterhin bullish, denn wir haben hier ein Tief, hier ein höheres Tief und hier wieder ein höheres Tief. Hier haben wir auch ein hoch, höheres Hoch, nochmal höheres Hoch und hier nochmal ein höheres Hoch. Das heißt, wir haben hier weiterhin eine bullische Formation beim Bitcoin. Wir haben hier diese wichtige Widerstandslinie, wo wir hier mehrmals rejected wurden, haben es dann mit einem Breakout geschafft, über diese Linie zu steigen. Und jetzt sieht es hier nach einem Retest von dieser vorherigen Widerstandslinie aus und solange diese hält, sind wir hier beim Bitcoin auch weiterhin bullish. Wenn wir uns einmal unseren MACD-Indikator hier noch dazu ziehen, sehen wir allerdings hier eine gefährliche Überschneidung hier bei unserem MACD, denn wir haben hier exakt, wo wir hier den Retest gesehen haben, ein bullishes Crossover gesehen. Das könnte nochmal hier gefährlich werden für den Bitcoin, wenn diese Zone hier nicht halten könnte. Wie gesagt, könnte es sein, dass wir hier nochmal auf 42.000 US-Dollar korrigieren und dann mit dem Preis steigen. Denn wie wir hier sehen, hatten wir auf dem Weekly Chart schon seit längerem nicht mehr ein bearisches Crossover. Das letzte Mal, als wir es geschafft haben, diese 42.000 US-Dollar-Marke nach oben hin zu durchbrechen, hatten wir ein bullishes Crossover, sind dann mit dem Preis hier gestiegen. Und jetzt haben wir hier ein bearisches Crossover hier in das MACD reinbekommen. Das letzte Mal, wo wir ein bearisches Crossover hatten, war circa in der Region und daraufhin hatten wir dann hier eine große Korrektur beim Bitcoin. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir bei einer Korrektur hier unter die 42.000 US-Dollar fallen sollten. Schauen wir uns noch kurz Ethereum an. Ethereum auf dem 4-stündigen Chart weiterhin bullish. Auf jeden Fall besser am Performen als der Bitcoin. Wir sind bei Ethereum momentan bei circa 4.400 US-Dollar am Traden. Wir hatten ja hier unser Ascending Triangle, aus welchem wir hier nach oben hin ausgebrochen sind. Haben jetzt hier noch einen schönen Retest auf die vorherige Widerstandslinie gesehen. Und es sieht so aus, als ob wir auch hier einen Bounce gesehen haben. Unser Preisziel von diesem Pattern ist hier, wenn wir es an die Ausbruchstelle legen, bei circa 4.620 US-Dollar. Das heißt, wir haben hier definitiv noch Platz nach oben bei Ethereum. Und ich denke, dass diese 4.600 US-Dollar auch weiterhin möglich sind für Ethereum. Denn warum wir bei Ethereum so bullish sind, wenn wir uns das hier genauer anschauen. Wir haben es geschafft, über die 20er und 50er Moving Average zu steigen. Welches ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Wir haben es auch geschafft, bei dem Dip hier sehr schön diese Zone von dieser Box hier zu halten. Welche ebenfalls eine extrem wichtige Zone war. Denn das war hier unser altes All-Time-High. Und zuvor hatten wir ebenfalls hier nochmal Widerstand, hier nochmal Support. Und jetzt über längeren Zeitraum, obwohl der Bitcoin so stark gedumpt ist, haben wir es geschafft, diesen Support zu halten. Das zeigt für mich, dass wir bei Ethereum hier auf jeden Fall den Boden erreicht haben. Denn wir haben es geschafft, hier wieder über die 20er und 50er Moving Average zu steigen. Und sind hier bei Ethereum auch wieder bullish eingestellt. Schauen wir uns einmal hier noch Shiba Inu an. Bei Shiba Inu hatten wir ja hier ein Falling Wedge. Und sind aus diesem Falling Wedge nach oben ausgebrochen. Ausgebrochen allerdings befinden wir uns hier in einer Seitwärtsphase. Denn aktivieren wir hier einmal unsere EMA Ribbons, sehen wir, dass wir hier auf dem 4-stündigen Chart von unseren EMA Ribbons einen extremen Widerstand haben. Wir haben es nicht geschafft, diesen Widerstand hier hinter uns zu lassen. Wurden hier jetzt die ganze Zeit werden wir hier rejected. Wir müssen es unbedingt wie gesagt schaffen, über die EMA Ribbons zu kommen. Und hier diese Seitwärtsphase hier hinter uns zu lassen. Denn wir haben hier momentan einen horizontalen Channel. Das heißt, haben einmal hier oben Widerstand, Widerstand. Hier unten haben wir Support, Support. Und wir müssen es schaffen, diese Seitwärtsbewegung jetzt hinter uns zu lassen. Und aus diesem Channel hier nach oben hin auszubrechen. Sollte dies der Fall sein, ist unser nächstes Preisziel hier bei ca. 4-4-3-9. Dafür müssten wir aber hier definitiv unsere EMA Ribbons auch hinter uns lassen und diese nach oben hin durchbrechen. Dann denke ich, dass wir hier das erste Preisziel erreichen können. Und sollten wir es schaffen, dieses erste Preisziel hier zu erreichen und gegebenenfalls einen erfolgreichen Retest hier sehen, dann denke ich, dass wir hier bei 5-3-7-9 unser zweites Preisziel haben, welches definitiv bei Shiba Inu auch machbar ist. Bei Luna wird es ebenfalls gerade sehr, sehr interessant. Wir sind ja hier aus unserem Aufwärtstrend-Channel nach oben hin ausgebrochen. Und haben hier jetzt ein interessantes Pattern, welches wir hier formen. Denn wir haben ja hier ein Symmetrical Triangle, welches wir im Video gemeinsam das letzte Mal besprochen haben. Diesmal auf dem 4-stündigen Chart haben wir auch ebenfalls ein Symmetrical Triangle. Und wir haben hier ein interessantes Preisziel. Dann messen wir hier einmal das Preisziel von diesem Pattern, legen es hier an die mögliche Ausbruchstelle. Sehen wir, das Preisziel befindet sich in etwa bei 91,85 Dollar, welches ein Preisziel ist, das für Luna definitiv machbar ist. Interessant ist es auch, dass wir in diesem Symmetrical Triangle einen doppelten Boden formen. Das heißt, wir haben hier ein W-Pattern so gesehen oder ein Double Bottom und haben gleichzeitig auch an der oberen Linie, wo wir jetzt hier den Widerstand vom Symmetrical Triangle haben, unsere Neckline von unserem Double Bottom. Wie gesagt, bei einem möglichen Breakout hier können wir auch nochmal das Preisziel von diesem möglichen Double Bottom hier anschauen. Bei einem möglichen Breakout wäre hier das Preisziel bei ca. 83 US-Dollar. Also hier können wir sagen, sollten wir ein Breakout aus diesem Pattern hier sehen, dann wäre das erste Preisziel bei ca. 83 US-Dollar. Und das zweite Preisziel von unserem Symmetrical Triangle wäre dann bei ca. 91 bis 92 US-Dollar. Sollten wir allerdings hier einen Breakout nach unten sehen, dann haben wir hier ein Preisziel von 55 US-Dollar. Allerdings denke ich, dass dies nicht so wahrscheinlich ist. Bei einem Breakout nach unten sollten wir hier definitiv einen Support von dieser oberen Linie von unserem Channel sehen, denn dort haben wir das letzte Mal Support angetestet. Hier hatten wir nochmal Widerstand an dieser Stelle. Hier ist definitiv hier an der Zone bei ca. 60 US-Dollar ein großer Support bei Terraduna zu erwarten. So, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt alle gesund und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.